Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvetes Spectatorius zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3. Ergänzt das Kreuzzugswettrennen mit mir, dem Tante Günner, bekannt als Günther Shadow und ich bin natürlich nicht alleine da. Der Mr. Mörb ist auch am Start. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist soweit, Günner. Wir lassen jetzt einen Tag laufen und dann bin ich erwachsen. Das freut uns, oder? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, so wirklich bereit kann man dafür, glaube ich, nicht sein, aber bereiter sein als ich kann ich nicht. Ich würde sagen, mach du das mit Pause raus und Pause rein. Mach ich. Dann hast du das jetzt gerade in der Hand und in der Zeit versuche ich dann auch noch so ein paar Sachen zu regeln. Okay. Und da ist es passiert, das Erwachsenwerden. So, mit der Hilfe von Gaudiosa, das ist, glaube ich, meine Mutter. Ich konnte meine Studien in Sachkriegsung endlich abschließen. Ich bin enttäuscht von meinen Ergebnissen. Na toll. Da hätte ich mehr erreichen können. Als ich meine ersten Schritte in die Welt der Erwachsenen tue, erinnere ich mich zurück an einige Menschen, die einen enormen Einfluss darauf hatten, wie ich heute bin. Die Freundschaft mit Henry, die ich teilen durfte, bedeutet mir eine Menge. Warte mal, Henry, das ist doch sicherlich irgendeiner von dir. Ja, das bist du, oder? Ne, Romagna, ne, das ist jemand anders. Der heißt auch bloß Henry. Als wir noch jung waren. Ja, ja, okay, sehr gut. Also, ich bin jetzt Erwachsen und bin ein Teilzeitversager. Ein zäher Soldat. So, jetzt muss ich gerade hier mal gucken, was will ich denn hier nehmen? Kriegsführung, Schreckenszuwachs, Kontrollzuwachs. Ich möchte die Anziehung, sondern ich gehe auf Schwerpunkt Ritterlichkeit. So, das soll es sein. Schwerpunkt Ritterlichkeit. Ja, ich habe auch einen ordentlichen Kampfgeschickwert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz okay. Okay, ähm, standhaft anführe, passt. Ich bin auch übrigens nebenbei noch im Krieg. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ja, also, äh, ich habe auf jeden Fall, also ich habe noch so einen Krieg am Laufen, so einen Befreiungskrieg gegen, also von, äh, von Byzanz, aber das ist irgendwie, also ich weiß nicht, äh, das hat offenbar keinerlei Zusammenhang zu mir jetzt. Ich kann da nicht viel machen, das kriegen die schon alleine hin, ne? Okay, gut. Dann lasse ich laufen, ne? Ja. Okay, mach das mal. So. Oh, okay, cool. Meine Frau ist gerade krepiert und ich kriege jetzt 72 Anspannung. Wir können übrigens direkt nochmal pausieren dann in dem Zusammenhang. Okay. Ist ja echt awesome, ey. So ist es, ne? Ja, da geht es direkt mal rund, ne? Das Spiel, ey, du, ich sag's dir. Das hat faustdick und auch vor allem hinter den Ohren, ne? Ja. Meine Güte, meine Güte. Und man stellt mal wieder fest, so das ganze gute Zeug, das ist alles schon weg. Mhm. Du meinst so, was die Frau oder die? Irgendjemand heiratet diesen Markt leer, ne? Ja, das kommt durchaus vor. Irgendjemand heiratet diesen Markt leer. Ich könnte jetzt hier die Gelgeis heiraten, aber die ist 42, die ist ein bisschen alt, ne? Also die wirft vielleicht noch ein Kind, ne? Also wenn du Glück hast, ein Zwilling. Ja. Ob man noch von dieser, von dieser Dorn-Ackerfurche, ob man da noch einen Samen zum Keimen bringen kann, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte noch die Hermann Garda-Diaz heiraten, aber die ist auch schon 34, ne? Oh, ich müsste auch jeden Moment hier die Kontrolle übernehmen über meine Kultur. Das wäre sehr schön, denn ich habe deutlich mehr Bildung als dieser Versager, der sich momentan darum kümmert. Die Giovanna, die hat immerhin so ein, wir könnten natürlich auch, ach hier, was ist denn mit der Alten da? Naja, äh, ach so, das muss natürlich jemand sein, der so halbwegs zu uns passt, ne? Boah, Alter, ne, das ist halt auch mal so ein, so ein Ab-F-U-C-K, ne? Mhm. Ähm, die ist, äh, warte mal ganz kurz, also, was bin ich? Ich bin paranoid, faul und gierig. Äh, ich wollte dir eigentlich ein Geburtstagsgeschenk schicken, zum 18., damit du dir ein Auto oder eine Kutsche oder sowas kaufen kannst, oder was man damals so zu seinem 18. Geburtstag gemacht hat. Ähm, nur, weil ich gierig bin, hätte ich 150 Punkte Anspannung bekommen, also habe ich es gelassen. Okay. Ähm, also sie darf nicht fleißig sein, ne, das ist alles. Okay, äh, dann sollen, dann nehmen wir die, sollen wir die Herkules-Tante dann nehmen? Ähm, ich habe übrigens noch einen Vorschlag für dich, aber, äh, ich lasse jetzt erst mal dich ganz, ganz kurz das machen. Ah, die mag mich nicht, weil ich gierig bin, ne? Mhm. Wobei die erst 14 ist, da könnte man nur einiges so machen. Äh, guck mal, die ist auch paranoid, da verstehen wir uns gut. Äh, sie ist fleißig, deswegen findet sie uns doof. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Die ist erst 12, die ist intelligent, aber ich bin ja schon ein Genie, ne? Das muss also nicht unbedingt sein. Wir können die nehmen, die ist feige und ehrgeizig. die Adela Margret Dochter von Heinsberg. Alter, das ist... Wer hat denn diesen Markt hier so leer geheiratet? Es ist ja... Es ist einfach fürchterlich. Es ist nur noch Ausschussware da. Ich hab das auch schon oft erlebt. Sagen wir es mal so. Das wäre schon geil, Rom zu kontrollieren. Die ist mit Mercia verbündet. Das könnte irgendwie noch ganz witzig sein. Die Christina, die ist halt allerdings erst sechs Jahre alt. Das ist halt auch nicht so gut. Wir sind ja auch unbedingt nur so eine sechsjährige heiraten. Ja, das wird eine Weile dauern, bis die gereift ist. Was bin ich denn da? Ach, ich bin immer noch hier dabei, gerade in die Religion hier zu Dingensen. Können wir weiter laufen lassen? Oder brauchst du noch? Nur eine Sekunde. Maßvoll paranoid und ehrgeizig. Dann nehmen wir hier die Frau Subic. Subic. Ach, wer ist denn das? Ach, das ist immer noch meine Mutter. Tja, Mama, hast leider keinen so geilen Soldaten aus mir gemacht. Aber zugegebenermaßen, sie wusste auch nicht so richtig, was sie tut. Kriegsführung ist sie eher so durchschnittweise. Ja, komm. Prange ich gleich hier schon mal einen an, dann vermögen mich die anderen mehr. So, ich bin endlich das Kulturoberhaupt und kann Dinge entscheiden. Will ich jetzt schon auf Burs gehen? Ja, Burs ist schon nicht unwichtig. Werde dafür 22 Jahre brauchen. Um Gottes Willen. Ich will, dass der mich ein bisschen mag. Das ist mir das Wichtigste. Keiner von ihnen muss mich lieben, wenn der andere mich hasst. Die sollen mich alle so ein bisschen mögen. You know. So, jetzt kommt erst mal die Belagerungstruppe darüber. Und die Gäste gehen. Prestige und Meinung. So gefällt mir das. Habe ich keinen Profi in Sachen. Ich habe wieder mal keinen Belagerungspro. Das ist echt übel, du. Ach, man kann nicht pilgern gehen, wenn man im Krieg ist. Aber man kann auf die Jagd gehen, wenn man im Krieg ist. Seems logical. Ne, ich habe folgenden Vorschlag für dich, Günter. Ähm, wenn du dem König des Ostfrankenreichs den Titel Ostfrankenreich wegnehmen würdest. Das würde ich sehr gerne machen. Und ihn mir geben würdest, könnte ich das Heilige Römische Reich gründen und wir könnten gemeinsam das Römische Reich wiederbeleben. Weil du kannst es nicht mehr. Du bist schon Kaiser, aber ich kann das noch. I know. Also, das ist nur ein Vorschlag. Ich möchte erst mal hier König Lide den Königstitel von Friesland aberkennen. Das sieht schon aus, ey. Jetzt kämpfe ich gegen diese, das sieht so doof aus, diese nackte Frau da. So, ja. Jetzt so mein Feind ist, ey. Okay, der Krieg topf weiter, ey. Warte mal, wir werden geplündert. Ich, 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 I don't really feel the pressure, wenn ich sie sehe. Weißt du, was ich meine? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich bedroht fühlen muss. Under pressure. Ja, dem, 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 dem kann ich den Titel noch nicht aberkennen, weil der, ähm, 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 weil, guck mal, wie sie abhauen. Dem kann ich den Titel noch nicht aberkennen, weil der gerade in einem Krieg ist. Ja, okay. Und damit ist irgendwie dieser Titel umkämpft und, ja. Ja, das ist einfach nur so eine Blockade tatsächlich. Ich kenne das aber auch. Ich finde es auch nicht unbedingt logisch, ehrlich gesagt, aber es ist halt so. Ich könnte ihm jetzt noch den, ich könnte noch dem Bayern seinen Königstitel und alles andere wegnehmen. dann verlieren die leute meinung von mir das müssten wir auch gleich noch mal naja also deswegen ich würde nicht so viele titel irgendwie jemanden aber kennen also aber man braucht halt den titel ostfrankenreich um das heilige römische reich zu können das ist ja auch deswegen cool weil dann hätten wir so eine wahl monarchie und dann können könnten wir uns auch abwechseln weißt du so in sachen kaisertum ja ich weiß was du meinst ja also ich hätte da ich sag mal so ich stehe noch was die aktion mit dem kaisermord von neulich angeht ja sowieso noch in deiner schuld also von daher ist es nicht so dass das ding der hat sich überrascht der move oder naja also ich fand es einfach nur nett dass du es gemacht hast auf jeden fall von daher ja also die ach so stimmt warte mal ich wollte noch den könig von dänemark wollte ich den ich irgendwie noch platt machen ich kann nicht mehr angreifen irgendwann irgendeinen von diesen von diesen nordischen könig nach oben wollte ich glaube ich attackieren aber ich weiß nicht mehr bist du schwanger ja sie ist schwanger okay so jetzt bin ich auch noch kürt ich bin das könig von burgund lothringen und von sardinien tatsächlich würde ich dann sogar den könig von lothringen aufgeben die zugunsten wenn ich das mit dem ostfrankenreich bekäme dann würde ich den einfach vernichten und dann kannst du wieder herstellen wenn du willst ich muss mir hier wo ich vielleicht komme ich ein richtiges verhalten verbessern lasst uns das mal mit den titeln gleich noch mal bequatschen ich muss mich mal hier gerade um so ein um so ein paar marodierende hans wos die es da kümmern die mir da auf den keks gehen und wenn ich damit dann fertig bin dann kann man da gleich weiter darüber reden noch gerade ein bisschen wird ich könnte jetzt frei lassen wenn ich jetzt sagen hier an die bekehrung verlangen geht gar nicht das habe ich schon mal verlangt er wollte nicht ich glaube ich muss mal dringend nach jerusalem bei dem muss ich noch wie gesagt also ich versuche dem auf jeden fall den titel ab zu erkennen dem dem fritzen da nicht es dauert einfach noch einen moment das ist noch probleme ich weiß es also wie es ist nicht es gibt glaube ich echt nichts wo ich gerade eben was bauen kann der papa hat einfach zu gut vorgesorgt du weißt du was ich muss das jetzt mal auflösen hier das tut sich einfach nichts das tut sich einfach nix die gräfin ach das die die nackte ist also ohne witz die sardinier sind hier tatsächlich die die nackten das ist das kulturoberhaupt die friesen ich weiß nicht warum das der fall ist es macht eigentlich gar keinen sinn oder zwillinge alter zwillinge alter fremdländische gade oder göttlicher schutz in dem fall die fremdländische gade der moment um meine armee auf den herrscher ist nicht gut würde das ist die löschen leute und werde stattdessen etwas neues reinnehmen was nehmen wir denn ich habe schon einmal gepanzertes fußvolk dann lasst uns doch leichte reiterei nehmen ich habe nämlich schon einige tests durchgeführt und ich habe festgestellt in den allermeisten fällen lohnen sich im frühen spiel die artillerie kriegsvolk einheiten nicht wirklich muss mir noch mal ganz kurz sagen ich soll dir soll ich dir was übertragen oder wie war das noch mal genau den königstitel halt einfach nur oder was meinst du den königstitel geben also den dir verleihen dann genau okay gut das müsste eigentlich gehen weil das übertragen das geht nämlich glaube ich nicht nee also du musst ihm den halt wegnehmen hast du ihn dann kannst du ihn auf einen basallen übertragen genau könnte versuchen solange der könig im wickland noch im knast sitzt der könig von bayern dass wir den dass wir den ansonsten zu unserem freund machen das könnte noch klappen dass ich krieg mit aquitanien angefangen habe mein kaiser das ist dann so ne Die Vasallen, die spielen halt, ne? Ja. Denkt sich der Kaiser so. Wobei, ich denke mir auch, viele also Lehnsherren haben sich wahrscheinlich auch immer so gedacht, zum Glück bin ich es nicht. So, die Vasallen, die sehr mächtig sind, sie könnten auch den Lehnsherren angreifen, ne? Äh. Ich werde mich den Aufgaben stellen. Was ist das hier? Wird geschehen? Ihr manipuliert den Erfolgreich. Also, ihr glaubt, ein Arr würde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Aufgaben zu erfüllen. Mögliche Ergebnisse. Äh, okay, gut, jetzt ist irgendwas mit dem passiert, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Er erfüllt fünf Meinungen, wir erhalten zwölf Schrecken. Okay. Alter, what the hell? Yes. Ihr Partner an meiner Stadt, meine Gemahlin verbringt enorm viel Zeit damit, dass Reihener Erwachsenen der Kaiserin Mathilde mit sich bringt, erinnert alle deutlich ins Zurechtregieren, bla bla bla. Äh, nehme ich die Prestigepunkte, nehme ich den Schrecken, ich nehme den Schrecken. Ich muss mal einfach nur ein bisschen Geld sparen, glaube ich, ne? So, ich kann, das ist wieder so krass, ne? Ey, der hat so, der hat so scheiß Eigenschaften mit paranoid, faul und gierig. Das ist einfach nur alles, das ist alles richtig scheiße, weil ich immer eine, mit einer Million Punkte Anspannung zugeschissen werde. Egal, was ich mache. Du kannst halt Leute einfach nicht annehmen, ne? Du kannst gar nichts machen, das ist total heftig. Also irgendwie geht aufs Klo 100 Punkte Anspannung oder so was. Genau, zu viel Druck, weil ihr gierig seid, ne? Ja, ne? Also... Genau, du bist so gierig, du lässt nicht mal zu, dass etwas in den Darm verlässt. Ja, ja, eben, ne? Also so den Eindruck habe ich hier gerade. Also wenn du irgendwas ermordet haben willst, sag einfach Bescheid. Burgund hat Connections. Wer braucht einen Wert in Renkespiel, wenn er Geld hat? Ja, ja. Eben, eben. Also, das stellt man immer wieder fest, das habe ich ja durch dich auch gelernt hier, dass diese ganzen, ähm, äh, diese ganzen, äh, Adminfähigkeiten, die dir Kohle bringen, ne? Dass die halt echt sehr, sehr, sehr mächtig sind und sehr viel kompensieren können, ne? Richtig. Also zum Beispiel Renkespiel alleine bringt dir überhaupt nichts, das ist nur noch ein reines Würfelspiel, aber wenn du Renkespielen zusammen mit Geld kombinierst, dann wird's richtig krass. Oder wenn du Geld mit Militär kombinierst, wird's richtig krass. Also, das sind so diese Kombinationen. Diplomatie selber ist auch nice, aber Diplomatie wird besonders dann stark, wenn du's mit Militär kombinierst. Und alle, und ich sag euch wirklich, alle, unterschätzen gewaltig den Bildungslebensweg. Mhm. Gewaltig, ich sag's dir. Äh, ich würde König Bufo gerne zu meinem Ratsverwalter machen. Äh, Verwalter? Ich dachte eigentlich eher so Militär wäre mir am liebsten. Das geht gerade schlecht. Okay, aber ich nehm auch den Ratsverwalter, also. Das bringt immerhin drei Ducats, die ich dafür bekomme und mehr Domänen steuern, also I don't mind. Okay. Schön. So, ich hab jetzt schon mal ein Kind, das leider von Anfang an schon mal kränklich ist. Zum Glück hab ich noch eine Ärztin. Jetzt fang ich demnächst mal an, hier doch mal nach vererblichen Eigenschaften zu gucken. Äh, das ist. Ah, warte mal. Ist das einer von deinen Verwandten? Ich weiß es nicht. Erstmal muss das Kind gesund werden. Ey, der Kriegerorden, den ich habe, der Tempelritte, wird immer größer, die haben jetzt schon drei Einheiten Ordensritter. Nice. So, wir bekehren die ganzen Luladen mal zurück. Oh, krass, die sind unabhängig geworden. What? Die haben das echt verloren. Okay. Ich hab jetzt nicht mehr so genau drauf geachtet, ne? Aber, ja. Ähm, was ist denn ein Großopfer? Ihr richtet ein großes Fest aus. Das ist das Blot der Wikinger. Das heißt also, die opfern halt Tiere oder Menschen. Ich weiß nicht, ob du die Serie Vikings gesehen hast. Ja, hab ich gesehen. Dann hast du, wenn du die ersten, in den ersten ein, zwei Staffeln sieht man das sehr, sehr deutlich, was so ein Großopfer ist. Ja, ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Da, wo der eine sich freiwillig meld. Die Szene fand ich echt so ein bisschen übertrieben, aber egal. Ja, okay, alles klar. Ja, also darauf baut das auch. Das passiert da. Und deswegen finden das auch alle, die dieser Religion nicht angehören, nicht so geil. Okay, cool. Was werden wir mit das machen? Ihr werdet etwas Anspannung verlieren. Jo, dann ziehen wir uns mal einmal zurück, um ein bisschen Anspannung zu verlieren für Prestige. Wir haben so viel. König Wignand von Bayern will noch ausgelöst werden. Da müssen wir mal gleich gucken, ne? Wir haben ja auch noch so viele Gefangene, ne? Was ist denn mit dem hier? Den könnten wir doch hinrichten, ne? So, und mach mal den einen Kopf kürzer. Ah, seine Frau haben wir auch. Möchtest du deinem Gatten Gesellschaft leisten? Ja, ist schon mal vorgegangen. Im Tode seid ihr für immer vereint. Und auf einmal so, ah, so eilig habe ich es gar nicht, ein Video zu sehen. Helvis ist ein, äh, das ist eine Tochter, okay. Wir nehmen einen katholischen Namen. Helena, dann aber bitte. Obwohl Helen ist auch in Ordnung. Komm, ich kenne auch eine Helen, da ist das in Ordnung. Alter, das ist voll der Büchsenmacher, ne? Der kriegt nur Töchter. Wie viele von diesen Aramiten habe ich denn hier im Knast? So, Prinzessin Giselle von Ostfrankenreich haben wir auch. Ah, wir können kein Lösegeld verlangen. Wir könnten sie rekrutieren. Sie hatte halt ziemlich viele Ansprüche, ne? Wir könnten sie rekrutieren und mit einem Höfling von uns verheiraten, nicht wahr? Theoretisch geht sowas, ja. Wir arrangieren eine Heirat, aber nicht mit Prinz Heinrich von Germanien, sondern wir suchen einen Ehepartner für sie. Nicht wundern, wenn jetzt irgendwelche Hochzeitsanfragen kommen, ich baller gerade eben einfach bloß wieder raus. Irgendwelche Ritterverheiratungen, die ich gerade vornehme, weißt du? Mhm. Ah, das wäre jetzt eine von deinen. Ich glaube nicht, dass du deine Tochter da weggeben willst. Oder? Verlobte können heiraten. Not so much. Alter, warum kann ich die nur mit meinem... Sekunde, wir müssen mal gerade einmal pausieren. Warum kann ich die denn nur mit meinem Sohn verheiraten? Weiß ich nicht. Du musst mal gucken, was du eingestellt hast für Optionen, also die Einschränkungen. Wenn ich jetzt sage, Heirat arrangieren, ne? Ah, ja, jetzt geht's wieder. Ja, du bist ja echt ein... Also danke, du alter Fuchs, du hier. Das ist ja ein Ding. So, dann verheiraten wir die mal gerade mit einem meiner Ritter. Das geht dann etwas schneller. Oh, ja, alter. Und jetzt können wir anfangen zu schwängern ohne Ende. Jetzt kriegen wir nämlich durch Kinder kriegen wir Boni. Weißt du, was der Gag ist? Ich kann Charaktere nicht wegschicken, weil ich mitfühlend bin. Oh, alter. Dann kriegst du Anspannung, wenn du die wegschickst. Genau. Aber ich bekomme leider keinen Stressabbau, wenn ich Leute aus dem Knast lasse. Mhm. Alter, der Papst sieht krass aus. Hast du ihn mal gesehen? Nee, noch nicht. Aber ich versaue gerade eben hier den Adamiten hier so ihre Religion, weil ich die ganzen Gefangenen wieder anziehe, indem ich sie die Bekehrung verlange. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. FKK-freie Zone. Aber wirklich, ne? Äh, komm, wir laden noch mal ein paar Ritter ein. Ach so, der Papst, ja, der hat wohl offensichtlich schwerste Verstümmelungen erlitten. Er sieht krass aus mit dem Helm, ne? Naja. Hat schon Style, ne? So eine Verstümmelung. Jetzt hab ich hier wieder so ein Nix-Könner. Okay, komm, wir verlangen einfach mal die Bekehrung von Herzog Damais Miggin Hartz-Sohn. Warte mal. Für ein Druckmittel, dann krieg ich 70 Punkte Anspannung. Ja, danke, Spiel. Läuft, ne? Ja, also wenn's läuft, dann läuft's richtig schlecht. So, wo war'n der da? Da hier, der König der Deutschen. Titel aberkennen. Geht immer noch nicht, der ist immer noch im Krieg. Der Nichtskönner. Der kann nicht mal einen Krieg beenden. So, dafür kann ich ihn jetzt einkerkern und ab an den Knast, bitte. Ich bau' gerade eben mal Sardinien aus, das hat mir Tode, Leute. So, jetzt ist der Nackedei im Knast und was machen wir jetzt? Titel aberkennen? Ich könnte einfach sein komplettes Herzogtum wegnehmen. Mein Sohn Jack Pot wurde geboren, weil er keinen negativen Trait hat, aber den Genius-Trait. Hm. Pass auf, da machen wir mal ganz kurz. Also, hier steht, ist ein bekannter Verbrecher, bla bla bla. Er wird eine Rivale von uns. Muss ich gleich mal gucken. Oh, stopp, 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 stopp. Da stirbt gerade ein Rivale von mir. Das heißt, ich kann dir einen Vasallen übertragen. Okay. Sag ich nicht, nein. Hast du es schon annehmen können? Habe ich jetzt gerade. Danke. Bekommst du jedes Mal Stress eigentlich, wenn du mir einen Vasallen überträgst? Ja. Ich bekomme 70 oder 100 Anspannung oder irgendwie sowas. Es ist total irre. Aber du kannst dich auch nicht mit mir anfreunden oder so, oder? Ich weiß nicht, wir sind, sind wir nicht schon Freunde? Wir verstehen uns gut. Wir haben irgendwie 100 Meinungen von dir. Nee, wir haben nur Lehnsherr. Echt? Ich habe irgendwie 100 Meinungen von dir oder umgekehrt. Ja, ich habe 83 Meinungen von dir. Du liebst mich. Achso, weil ich den Anspruch und den Vasallen gemacht habe da, deswegen. Kann sein, ja. Ja, wir können auch noch Freunde werden. Klar, das geht bestimmt auch noch. Das ist sicherlich kein Fehler. Alter, ja, ich kann dir das auf jeden Fall nachher geben mit dem Königreich. Also wie gesagt, das wäre mega genial, weil dann hätten wir das Heilige Römische Reich und dann brauchen wir dieses scheiß Germanien nicht mehr, weißt du? Das, was allen immer so die Natur ersaugt. So, jetzt werde ich Okzitanien so lange belagern, bis es meins ist. Also L'Ondoc. So, und du wartest jetzt einfach genau hier. Ich kann die mit dem Grafen von Ruck verheiraten. Warum machen wir das eigentlich nicht? Der ist gut, der Typ. So, okay. Ach, derje. Das sind ja immer noch die Nackten hier. Es gibt echt so viele Nackerdiles, ne? Ich muss die noch schwanger. Wie kann das sein, dass die nicht mehr schwanger ist? Ich muss sie gleich nochmal verführen. Die hat mir bisher viel zu wenig Kinder geboren. Ich brauche mehr Kinder. Ach, das sind meine Vasallen. Bekehrung verlangen, Moment. Ne, das machen die nicht. Scheiße. Stimmt, die Nackten sind meine Vasallen. Aber genau, wir müssen die Folge beenden. ist schon wieder so spät, ne? Tun wir das. Ja, ist schon wieder so spät. So, dann sage ich mal, danke für eure Augen. Warte, ich lasse sie noch gerade, ich lasse sie nochmal schnell. Okay, die ist zwei, er ist zwölf, aber es ist eine matrilineare Heirat und wir kriegen einen Anspruch dadurch. Lassen wir die noch schnell heiraten und ich sage, bis zum nächsten Mal, Paxmo bis Gunvalete. Tschüss.